Hallo, 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 wir sind in Server 30 Tagebuch, willkommen dazu, ich bin der Lars und ich begrüße euch ganz herzlich, denn ihr seid mal wieder alle, die gerade alle zuschauen. Ich bin der Zuschauer, denn wir schauen, was wir hier so schauen und dabei schauen wir das Ganze, ne? Nein, natürlich nicht, sondern wir werden Server 30 jetzt rocken und wir schauen nochmal, oh Gott, ab zur Gilde und in der Gilde drücke ich erstmal hier, ne, auf Gilden, Verteidigung läuft hier auf jeden Fall. Boba Schiene, der will nicht fallen, halbbeschlange, da oben mein Kollege, ist ja kein Problem, kein Ding für den King. 72 Pilze noch, das ist nicht mehr ganz so viel, aber erstmal ab aufs Klo und die verdammte dreckige fucking Glücksrobe reinballern und spülen, den Staubsauger rausziehen, dann halt nicht. Aber wir brauchen ja noch Epic-Schuhe, oder nicht? Ah, so läuft's, wir haben keine bekommen beim Blättern, dann bekommen wir sie halt so, so läuft's bei uns, ist kein Problem. Kein Ding für den King, hab ich schon gesagt, egal, ist aber ein cooles Wortspiel, und so lange bekommt unser Krieger eine Glücksbrust. Einfach mal goldener Fettwanz des Irgwas, ne, ihr wisst Bescheid. Äh, die Schuhe werde ich wegschmeißen, sonst haben wir hier einen Intelligenzstab, der richtig scheiße ist, von der Spanne her. Ein Geschickstab und noch ein Geschickstab und irgendein Scheiß, den kein Mensch braucht. Tränkemäßig läuft's auf jeden Fall noch und ich muss schon wieder husten, Entschuldigung. Also, so, jetzt muss, hab ich gehustet, wie gesagt, es tut mir leid. So, Rang 150 ist auf jeden Fall okay, die Post blinkt hier auch wieder fleißig. Frage betrefft Hexe meines Gehörungs. Wichtig unbedingt lesen, bester Let's Player EU, EU sogar, danke, Echo 12, äh, Echo 11, nicht 12. Hallo Lars, äh, Airfreeze und, äh, Kusch, OG, und du wurdest angegriffen und Hütchenspielerbefehl. Dankeschön für die ganzen Nachrichten, ich hab schon viele gelesen, deswegen lösche ich die meisten jetzt hier weg, damit mir die ganze Scheiße. Natürlich ist das nicht Scheiße von euch, sondern ich liebe euch alle. Oh, mh, wollt ihr mit mir Drogen nehmen? Dann wird es Lasis vom Himmel regnen. Ab zu Arena, nein, erst skillen wir, denn wir müssen mal schauen, 928, äh, 1000. Wir werden hier ein bisschen, ein bisschen, eigentlich, glückmäßig haben wir genug, das reicht erstmal. Geben wir auf ihn, geben wir hier Büschel, geben wir da Büschel, geben wir da, geben wir da, geben wir da. Den Rest auf Nebenattribute, damit auch noch ein bisschen was zustande kommt. Arena Kampf gegen Blacky, hallo Blacky, Blacky hat mich weggebleckt, der alte Blacky. Das gibt's ja gar nicht, Gilde wird fleißig geschrieben, gefällt mir. Und wir gehen jetzt hier mal eben in the Dungeon und versuchen nur den Nachttroll endlich umzuklatschen. Mr. Troll könnten sie endlich rumtrollen, denn sie sind Prollolololololololol. Oh Gott, ich sehe gerade Attribute 3.3 zu 4.2. Normalerweise ist der gar nicht drin. Durch haben wir die OP-Waffe schlechthin mit unserer unglaublich genialen Spanne. Deswegen könnt ihr versuchen ein paar Trace. Aber nicht zu viele, denn ich sehe gerade nicht das Potenzial, diesen alten Troll umzutrollen. Deswegen lassen wir das, glaube ich, erst mal nicht. Ich gehe nochmal nur so auf 60 Pilze. Aber ich kann es euch nicht versprechen. Er fängt doch immer an, ne? Er wirft mit einem verdammten Stock und der fängt an. Wie kann man mit einem Stock auf jemanden werfen? Gut, er hat Oberarme wie so ein Baum. Aber sonst läuft es nicht bei ihm so. Mit dem Stock. Ja, okay, schaffen wir nicht. Ist okay. Dann wollen wir uns ein bisschen in der Ehrenhalle befassen und da erstmal Platz 1 machen. Nein, natürlich nicht. Sondern uns mal ein bisschen umschauen. Das sind teils Leute, die ich gar nicht kenne. Yiki, wer ist das denn schon wieder? Warum tauchen da irgendwelche Leute auf, die ich noch nie vorher gelesen habe? Naja, Audaki, kenne ich auch nicht. 166 ist der Kollege hier. 173. Soul Freeze. Soul Freeze. Yiki ist 173. Soul Freeze ist nur 175. Yiki hat Soul Freeze eingeholt. Hä? 105 Dungeon Etagen. Wie viel hat denn der Soulie Freezy? Der ich ja letztens im Let's Play hatte. Nein, das war nicht Soul Freeze. Das war Marco, verdammte Scheiße. Das war Mr. BSE Hack. Ich habe mit Soul Freeze noch nichts zu tun gehabt. Also nicht verwechseln. Letztes Mal, das war nicht Soul Freeze. Das war Marco aka BSE Hack aka Pedopanda. Ich weiß nicht. Soul Freeze. Ey, das gibt es doch gar nicht. Jetzt kommen halt wieder die ganzen krassen Kundis hier hoch, ne? Nur Darkis dazwischen, du hast die ganzen krassen Kundis. Wie gesagt, Greystar kennen wir, Nerd, der alte dreckige Assi. Den kennen wir ja auch. Er hat uns immer angegriffen. Nichts gegen dich persönlich, aber ich hasse dich. Nein, natürlich nicht. Ne, ist alles ironisch gemeint. Bitte jetzt alle hier nicht ernst nehmen und mich durchgehend flämen. Otera ist soweit oben durch seinen Hardcore-Blättern, der alte Drecksack. Rang 14, das läuft auf jeden Fall auch bei dem. Ich schreibe mal eine Nachricht. Und zwar schreibe ich, du hast zu viel Night Rider geguckt. Nein, das wäre eine schöne Nachricht geworden, aber ich schreibe es lieber nicht. Und der Gildleader, der nicht mehr Lieder ist, sondern nur noch zweiter, der Noxitrox hat das Ganze übernommen. Aha. Aber die leiten ja scheinbar zu zweit in die Gilde. Dann läuft es auf jeden Fall. Sonst ist eigentlich nicht viel passiert, denn ich habe ja eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe die Alu gezockt, habe jetzt ein paar Dungeon-Tries mit euch zusammen gemacht und dann war es das eigentlich. Wir sind langsam auf den Punkt wiedergekommen, wo nicht jeden Tag ganz, ganz viele Dungeons gefallen auf diesem Server. Ist ja meistens so. Und wir können jetzt langsam die Frage stellen, wie weit wollen wir dieses Let's Play noch ziehen, beziehungsweise dieses Tagebuch. Ich habe nämlich schon andere Sachen in Planung und dafür brauche ich eigentlich diesen Slot hier. Also vielleicht wird es noch ein paar Tage geben, aber ob ich das jetzt durchziehe bis Server 31 ist so eine Frage und dann wieder das Server 31 Tagebuch. Denn ich möchte ja so langsam eine Challenge starten und diesen Slot hier vom Tagebuch wollte ich einfach für die Challenge nehmen. Und noch ein drittes Video pro Tag, das ist richtig krass. Ich kann ja nicht drei Videos pro Tag von Check the Fitch draus machen, würde gehen, wäre aber richtig krass viel Arbeit. Und die Frage ist, wollt ihr drei Videos sehen? Wollt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, also ich wollte lieber diesen Slot hier, diesen Platz hier so gegen... Das ist ja zur Zeit echt durchwachsen, weil ich das hochlade. So gegen 18, 20 Uhr, so um den Dreh meistens, manchmal auch 16 Uhr, lade ich das Tagebuch hoch, beziehungsweise dreh es, schneide es und lade es dann hoch. Und diesen Slot möchte ich endlich benutzen später, um eine Challenge zu machen, wahrscheinlich eine 300-Alu-Challenge, mit einem bestimmten Pilzeinsatz, den man nur nehmen darf. Und das wird sich dann noch ergeben, Informationen wird es noch geben und so weiter. Also keine Angst, ihr werdet nichts verpassen, wird alles auf dem Kanal laufen. Nicht so ein... Ich habe ja schon mal eine Challenge gemacht, das war eine Livestream-Challenge, die nur über den Livestream lief. Jetzt aber eine Challenge, die über den Kanal läuft. Und dann bekommt ihr alle Informationen, wenn ihr quasi meine Videos schaut. Das machen ja die meisten, sonst würden sie nicht gerade hier sein, ne? Und mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wie weit wird das jetzt hier noch ziehen? Ich kann es euch gerade nicht sagen, natürlich kommt es sehr, sehr gut an, deswegen werde ich erstmal weitermachen. Oh, Zeus ist Stufe 150 geworden, auf jeden Fall ein dickes Glückwunsch von mir oder ein GZ. You are so beautiful. Das läuft auf jeden Fall bei denen. Ich würde sagen, an einer etwas kürzeren Folge, und morgen werden wir ein bisschen mehr rocken. Ihr könnt ja gerne eure Kommentare, Meinungen und so weiter in die... Ja, eure Kommentare, ja. Ihr könnt eure Kommentare in die Kommentare schreiben. Denkt daran. Ich bin der Lars, ich bedanke mich für's Zuschauen. Ich würde mich wieder freuen, wenn ihr dies Video hier bewertet, kommentiert, weiterladet. Bis zum nächsten Mal, haust du rein. Und tschüss, denn ihr seid wie immer nice.